Was machst du da? Ich wollte mir was zu essen machen. Um diese Uhrzeit? Ich hab halt Hunger. Manchmal musst du dich auch mal zusammenreißen können, sonst nimmst du nie ab. Ich möchte aber gar nicht abnehmen. Ja, dann lass du dich auch nicht wundern, dass du in der Schule gemobbt wärst. Du musst ja jetzt nicht anfangen zu weinen. Gut, dann macht dir jeder ein Brot. Hau wieder auf zu weinen. Ist es mir egal, ist es mir egal, du nimmst Marmelade oder doch lieber Käse? Ja. Ja, such dir aus, könnt ihr alles nehmen oder doch vielleicht lieber Käse? Ja? Ist so viel du willst, ist es mir egal. Schatz, ich hab dir einmal ein Geschenk mitgebracht als Entschuldigung wegen gestern. Das war nicht in Ordnung von mir. Dankeschön, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ist es etwa? Genau, das ist das Kleid, was du unbedingt haben wolltest. Oh, danke, Mom. Richtig cool. Aber ich glaub, du hast die falsche Größe gekauft. Was war mit Absicht? Ich mein, zu deinem Abi-Wahl ist es ja noch ein bisschen hin. Und ich dachte mir, das motiviert dich vielleicht ein bisschen abzunehmen. Hm? Ja.